Ja, was ist denn nun schon wieder los? Du hör mal genau zu, Pipps! Die Invasion hat begonnen! Ja, die Invasion! Musst sofort zum Einsatz! Ha, was zum Teufel erwartest du eigentlich? Was soll ich denn mit nur zwei Maschinen anfangen? Wo sind die Gruppen jetzt, die mir weggenommen hat, die Idioten? Peller! Dienstlicher Befehl! Machst dich sofort startklar! Sofort, verstanden? Moment, Herr Fluch nochmal! Wenn es dir nicht zu viel Mühe macht, dann sei ich vielleicht noch so freundlich und sag mir mindestens, wo diese Invasion stattfindet! Was, Normandie? Normandie! Das ist ja sehr erfreulich! Ich bedanke mich sehr, mein lieber Hans! Das ist ja so endgültig im Arsch! Wiedersehen! Leider immer schwieriger, in dieser Gegend mal richtig auszuschlafen. Du hast die besten Aussichten, bald sehr lange schlafen zu können. Die Invasion hat begonnen. Normandie! Wir fliegen hin, nur wir beide. Sonst ist ja keiner mehr da. Ich glaube nicht, dass wir zurückkommen, Reinhard. Bleibt dran, Bergstorf! Flieg genau hinter mir! In Ordnung! Los, runter! Flieg genau hinter mir! Flieg genau hinter mir! Flieg genau hinter mir! Flieg genau hinter mir! Das war der große Augenblick der deutschen Luftwaffe! Was hat er gesagt? Die Antwort ist nein. Wir müssen die Pidgete nutzen. Ich habe diese bereit. Hier, klip das auf. Das geht, meine große Welt. Drei, trainieren! Die anderen Seite! Sie sind nicht! Sie sind aufbereitet, Klopf. Sie sind aufgereitet, Klopf! Das war ein Hektar! Sie sind aufgereitet! Sie sind aufgereitet! Dann sind die Traurungen. Come on, you bastard! Come out, you judgy schlobs! Letting it back! Oh, the evil of it all. Trying to drown a man before he's even had a chance to fight. Ah, come on!